Ich habe jetzt mein Gesicht schon fertig geschwingt, das heißt, ich habe schon Rouge und Highlighter und das ganze Zeug drauf. Was jetzt aber noch fehlt, ist das Augen-Make-up und da gibt es ein ganz besonderes. Es geht nämlich um die WM und zwar um Deutschland. Und zwar mache ich ein Deutschland-Augen-Make-up und dafür braucht ihr fast nichts. Ich schminke das hauptsächlich mit diesen Fan-Brush-Sticks. Ich denke, die hat jetzt fast jeder zur WM, wo man sich dann einfach so was auf die Backe malt. Und damit schminke ich das Ganze. Natürlich noch mit ein paar anderen Sachen, aber das sind eigentlich alles Sachen, die man zu Hause hat. Und ja, viel Spaß beim Video. Ich fange an mit einer Base. Dafür benutze ich von MAC den Paint Pot in der Farbe Bare Study und trage den auf meinem ganzen Lied auf. Wenn ich damit fertig bin, benutze ich einen Lidschatten. Und zwar ist der von Kiko. Das ist die Farbe 100. Ihr seht, das ist so ein Duo-Lidschatten mit Gold und Braun. Und da benutze ich jetzt die goldene Farbe und trage die auf meinem ganzen beweglichen Lid auf. Als nächstes benutze ich einen Eyeliner. Das ist der Super Liner von L'Oreal Paris und ziehe mir eine Eyeliner-Linie. So, wenn ich den Eyeliner gemacht habe. Ich habe jetzt keinen Wing gemacht. Den mache ich allerdings jetzt. Und zwar achte ich darauf, dass die Linie vom Ende des Auges zur Augenbraue hochgeht. Das muss jetzt auch nicht so genau und schön sein. Jetzt benutze ich diesen Fan-Stick. Ich denke, so einen hat fast jeder von euch zu Hause. Ihr könnt natürlich auch einen Lippenstift oder sowas nehmen, einen roten. Und zwar brauche ich davon jetzt die rote Farbe und einen Eyeliner-Pinsel. Und dann gucke ich, dass ich den Pinsel, dass ich da das gut wirklich dran kriege. Und mit diesem Rot am Pinsel mache ich mir jetzt genau unten drunter eine rote Linie. Jetzt benutze ich einen neuen, sauberen Pinsel. Das ist ein angeschränkter Eyeliner-Pinsel und zwar ist der von Eveline. Ich benutze wieder diesen Fan-Stick und benutze diesmal die gelbe Farbe. Versuche wieder möglichst viel auf den Pinsel zu kriegen. Und mal damit unter das Rot. Wenn ihr ein bisschen zu weit gemalt habt, das ist gar kein Problem. Dann nehmt ihr einfach so einen Kutel und saubert es ein bisschen aus. Und wann mir das mit dem Wing vom Eyeliner jetzt noch nicht so gut gefällt, mache ich einen richtigen Eyeliner-Wing raus. Und zwar mache ich einfach, ich nehme die Spitze von da hinten und verbinde die mit der Eyeliner-Linie. Und dann ist das so ein kleines Dreieck und das male ich einfach aus. Jetzt tusche ich noch meine Wimpern. Dafür benutze ich eine Wimpernzeige von Eveline und die Essence I Love Extreme Mascara. So, ich habe jetzt noch meine Wimpern getuscht und dann bin ich auch schon fertig. Und ich hoffe, Deutschland kommt super weit in der WM. Toi, toi, toi. Und wenn ihr mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert mich. Gebt mir vielleicht noch ein Like und zeigt mir, wie euer Look angekommen ist. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.